Hallo, heute ist der 11. März, Freitag. Wir sind hier in Corvara beim Einstieg in die Sella Ronda, die wir im entgegengesetzten Uhrzeigersinn fahren werden. Wir werden jetzt gleich den Lift-Borrest besteigen. Hi, wir sitzen jetzt in der Gondel Borrest und steigen jetzt in die Sella Ronda ein. Das ist hier die erste Station von Corvara aus und wir werden jetzt die Sella Ronda in fünf bis sechs Stunden entgegen des Uhrzeigersinns fahren und ich freue mich drauf. Die Sella Ronda 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.